Berlin, Tag, Nacht, kann Leif bald wieder laufen? So schroff Leif auch manchmal sein mag, einen treuen Fan hat er gewonnen. Schmitty will ihm ein besseres Leben schenken, ihm wieder auf die Beine helfen, auch buchstäblich. Seit Anfang Dezember hat sich Schmitty dem Rollstuhlfahrer Leif angenommen. Zwar hinterließ der zunächst keinen sonderlich guten Eindruck bei Mike, Tara und Kretze im La. Doch Schmitty hatte Mitleid und wich seinem neuen Kumpel nicht mehr von der Seite. Ein Unfall nahm dem leidenschaftlichen Surfer das Gefühl in den Beinen und damit auch die Freude am Leben. Schmitty hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihn aus seinem Loch zu befreien, eine berufliche Perspektive und vor allem einen Freundeskreis zu bieten. Aufgeben? Nicht mit Schmitty! Darüber hinaus unterstützt Schmitty seinen neuen Freund in den kommenden Wochen beim Training im Schwimmbad. Er will offenbar wieder laufen lernen. Und in der BTN-Vorschau für Folge 2625, am 3. Februar im TV, klingt es tatsächlich so, als würde Leif seinem Ziel, die Beine wieder bewegen zu können, Zug um Zug näher kommen, auch wenn er bis dahin einige Rückschläge einstecken muss. Mit wachsender Besorgnis wird Schmitty jedoch nur Zeuge, wie Leif ein ums andere Mal scheitert. Erst ein spontaner Einfall bringt die Rettung und sorgt dafür, dass Leif mit gestärktem Selbstbewusstsein sein Ziel erreicht, heißt es in der RTL 2 Ankündigung. Daraufhin wird Schmitty für seinen selbstlosen Einsatz der letzten Wochen belohnt. Leif gesteht ihm, dass er das alles niemals ohne ihn geschafft hätte, was Schmitty zu Tränen rührt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017